Blizzard, das Spiel ist richtig geil. Eure Damage Cap, die bringt's richtig. Und eure Quests, Alter? Jetzt sollte einfach verboten sein, drei schlechte Quests zu kriegen, Alter. Was soll das denn? Jeder spielt mit Thinstone oder fucking Sack und ich spiel mit fucking alter Ego, Alter. Steck dir ein scheiß alter Ego sonst wo hin, Mann. Echt, ey, zu dumm zum scheißen, die Drecks Company, warum? Wieso sollte ich denn drei Drecksquests kriegen? Und die Rewards sind auch für den Arsch. Steckt euch an den scheiß sonst wo hin. Richtig geil, richtig scheiße, halt's Maul. Fuck, 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 ich könnte ausratzen, Alter. Spiel ist einfach nur noch ein Witz. Einfach nur noch ein Witz, das Spiel, ey. Ja, ich hab hier kein Bock mehr auf den Tag, die Woche ist schon wieder scheiße. Nee, ich hab hier echt keinen Bock mehr auf die letzten Woche. Ich weiß gar nicht, wie man auf so einen Streak gehen kann, Alter. Ich spiel nicht anders. Ach, der war halt, Lack, halt doch einfach dein dummes Maul, Alter. Nee, ohne Scheiß, der kriegt einfach ein Permacom. Komm, verpiss dich, ohne Scheiß. Ich bin nicht auf die Eier, Alter, ohne Scheiß mit deinem dummen Gelaber. Aber ich denke, das ist, wie, doable, als nächstes. Was wir sagen, wenn andere versuchen, zu sinken unsere Scheiß? Nicht heute! 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 �� Ah. 5 Battle Chrysler. I mean, I'm just playing Murlocs anyways. Could cycle the cat, but then we lose a 3-3. I mean, I'm just gonna roll a bunch of Battle Cry Murlocs. I hope that's enough. Very good. You are a... Ah. Head right. I'm gonna do it. We just end on the mark. You wanna freeze the faceless, huh? I don't even know if I wanna play that banner ball. You know what you do here? Then you, you just hold that. Oh, you play it in force. It's also fine. It's fine, you win. Well, only because I win it doesn't make it fine. I wanna go for 6 drops though. I want that faceless. I think it's good enough. Just into a 5. Like I need a Ford. A Merc guy or Charlie. Or Nadina, I guess. Oh, Nadina is not that good. I don't even like having this first. Is it worth freezing of 2- I mean, I do need a 6 drop. There are too many 6 drops who are good for me. What do we say when others try to sink our shit? Not today. Oh, my God. 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 This is so toxic. The fuck is this turn? I don't need this banner bar. This can help. I just need some taunt then. It can taunt this. Uh, I don't. I need Mordor. There is more taunt. This gets probably also taunted. Running Tintfall. It's more likely we triple the Murloc though. When the Enforcer. Wow, okay Digga, was ist das denn? Ich habe das Gefühl, ohne Scheiß, das sind echt... Egal, ich... also... Woher zum Fick? Ich meine so, als würde er... Was ist das? WTF, Mann? Was ist das? Was ist das? Was ist das? You might have a poison fin maybe, or toxifin, but you don't have one. You can run the dragon here over the murloc that gives us more divine shield. You can run the dragon here, or you can run the dragon here. It's incredible. I don't know why I still play. Everything that can happen every game can happen every game. It's always as bad as possible. It's incredible.